Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder euer Odin und ich hab was bekommen. So Adresse zeige ich jetzt nicht. Danke nochmal für deine lange Hilfe. Das kleine Versprechen habe ich nicht vergessen. Der Rachenblut von Crazy. Ich schneide das mal hier auf, weil das wird ja nicht verloren. Das habe ich nämlich von Freunden-Abonnenten aus der Schweiz. Ne, Österreich. Schweiz? Österreich? Schweiz. Sie kommt aber eigentlich aus Tirol. Würdet ihr nicht kaputt machen, ne? So, hab ich's gut rausgekriegt. So, wo geht's auf hier oben? Geht es auf? Zum Nikolaus. Oh, da steht ja Odin drin. Seht ihr das? Zum Nikolaus. Odin. Ist das geil. Ist ja süß. Peanuts. Peanuts. Ich bin ja so ein Schokoladenfreak. Ich mach das mal lieber so. Dann sieht man das hier ein bisschen besser. So, dann haben wir ein Kitty-Cut. Oh, weiße Kitty-Cut habe ich noch nicht probiert, muss ich sagen. Ich kenne nur das Normale. Denn eine Apfelsine... Ne, Quatsch. Nicht Apfelsine. Das ist eine... Der kleine Bruder, der Apfelsine. Drachenblut. Sieht aber auch geil aus. Und was haben wir hier noch? Nachtelf. Betes mit 3 Milligramm. Das muss ich gleich machen. Dann werden wir gleich mal eine Duftprobe machen. Litschi. Ich kann schon Ewigkeiten keine Litschi mehr essen. Und noch was? Gras, Heu, Nüsse. Die Nüsse lasse ich drin. Die packe ich jetzt nicht aus. Die zeige ich euch mal. Die Süßigkeiten packe ich auch mal nach oben. Die Litschi. Die Nektarina, glaube ich. Ja, Nektarina. Das Bild. So, jetzt rieche ich erst mal an Drachenblut. Och, soja, mit einem Bändchen verziert. Das ist jetzt süß. Obwohl, den kann ich ja ordentlich mal kaputt schneiden. So. Das riecht irgendwie so... Also Frucht... Ich rieche die Frucht raus. Pflaume oder so? Das riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Und nicht zu streng und so. Oh, das riecht nach Birne. Also Nachtelf... Ne, Nikotin, drei Milligramm. Doch, Nachtelf. Nachtelf riecht nach Birne. Also habe ich so das Gefühl, dass es nach Birne riecht. Ich bin jetzt mal gespannt. Drachenblut. Das sieht auch geil aus, oder? Drachenblut. Nikotin, drei Milligramm, Aroma, zehn Prozent. Das ist eine 90-10-Mischung. 90-10. Holla der Worldway. Na, da bin ich mal gespannt. So. Das soll es jetzt zu dem Video, aber auch schon gewesen sein. Ich sage nochmal Dankeschön. Und wir sehen uns im nächsten Video, beziehungsweise Hangout. Ahoi. Sagt euer Odin. Das ist mehr, bis zum Beispiel. Perf seller shoutt заб foodsれない raus. Alles hinten ein einfacher Englager ist.